But I got lost in California Yo Leute, willkommen zu einem neuen Vlog, dem ersten Vlog, nachdem ich aus dem Urlaub aus Italien wieder da bin. Mittlerweile dauert es auch nur noch ungefähr 10 Tage, dann bin ich auch schon wieder in Italien. Also dann geht es auf die zweite Reise und ja, jetzt fahre ich gleich erstmal zu einer Freundin, weil dieses Wochenende habe ich selber nichts Besonderes vor. Ich mache nichts Besonderes und deswegen werde ich sie besuchen und ja, ich fahre jetzt gleich dorthin und dann seht ihr, wie es weitergeht. So, ich bin jetzt hier angekommen, jetzt suche ich mal die Leonie und ja, hier läuft gerade ein Reiterturnier und ja, das wird bestimmt mal ganz interessant, sich das mal so anzugucken. Ich bin ja nicht so eigentlich der Reiter, aber mal gucken, wie das Ganze so wird und ja, ich suche jetzt erstmal Leonie. Der nächste Tag ist angebrochen. Heute steht das Turnier dann von der Leonie an, aber das dauert noch bis heute Nachmittag. Jetzt gucken wir erst nochmal, was heute Morgen hier so abgeht und ja, so. Dann ist es nochmal, was heute Morgen hier so geht's. Dann ist ja, ich bin ja nicht mehr, 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 ich bin ja nicht mehr. So, jetzt ist die Leonie dran. Ich habe mein Stativ mitgenommen, damit ich sie gleich so ein bisschen besser filmen kann. Und ja, dann hoffe ich, sie kriegt das einigermaßen gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. I chase the sunset through the hills Back to that spot we used to chill My heart will always be here for ya But I got lost in California So, ich bin jetzt zu Hause angekommen und ich habe bisher nicht weiter was noch gefilmen. Die letzten Impressionen habt ihr ja von dem großen Springen gehabt. Also das fand ich schon, war echt schon wirklich, wirklich sehr hoch. Also das war irgendwie so mit auf solchen normalen Turnieren, was so am höchsten gesprungen wird oder so. Ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung. Ja, ich packe jetzt gleich erstmal meine Sachen aus. Und dann schneide ich das Video von der Leonie. Also ihren Rett habe ich komplett gefilmt. Habt ihr bestimmt auch schon ein paar Einblendungen von gesehen, also in den Impressionen. Und ja, das schneide ich jetzt das Video, dann nachschneide ich diesen Block hier. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns im nächsten Vlog. Bis dahin und tschüss. Vielen Dank.